hallo und herzlich willkommen bei red.camble ich bin heute mal wieder auf den jagd nach den tickets und heute steht unser spiel the walking death road to thrive im weg. das habe ich damit schon mal gespielt, allerdings habe ich das schon wieder aus versehen deinstalliert, deswegen muss ich das jetzt noch mal installieren. also dann muss ich erst mal installieren und dann bis gleich. so und da wäre ich wieder. ich komme auf die letzten updates und dann geht es los oh ist sogar noch mal eine alte stadt das ist gut oder? verbessern ist noch mal eine alte stadt. yeah. super. jetzt muss ich erst mal wieder kurz reinkommen solo liga faktionsliga hatte ich hier einen kleinen aufgemacht schon oder nicht? hm na egal. erstmal brauchen wir jetzt Nahrung holz holz das war das museum, ne? ich habe irgendwas bekommen aber was war das? hm keine ahnung hm keine ahnung egal egal hier muss ich an mein upgrade machen hier muss ich an mein upgrade machen geht das? es geht hier muss ich leute ausbilden noch platz für drei kämpfer nachrichten nachrichten bedrohung nein belohnung bedrohung bedrohung also das ist ist das ist das das ist das ist das ist missionen einfordern baustelle da muss ich noch den dritten stern holen und hier habe ich noch null hier ging doch irgendwie automatisch oder nicht das das ist das das wird das 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 war's für heute. Hmm. Das war die erste Welle. Erholung, okay, hätte ich nicht jetzt gebraucht. Das war die erste Welle. Das war die erste Welle. Ja, erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Das ist ein bisschen... Wie lange habe ich das jetzt nicht gespielt? Zwei Monate? Cool bleiben. Das ist doch mal... Heilung, komm ich wieder, Heilung. Das war die erste Welle. 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 Dann haben wir das jetzt gleich geschafft. Das war die letzte Welle. Das wird ein bisschen cool bleiben. Und dann sind sie jetzt hier alle weg. Die bösen Zombies. Aber wer weiß, vielleicht sind sie ja auch gut. Die haben ja auch mal ein bisschen Hunger. Oder vielleicht wollen sie ja auch nur spielen. Die Streuner, die... Oder weißer. Okay, jetzt haben wir... Jetzt sind wir schon im achten Kapitel. Okay. 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 Jetzt muss ich mir auch gleich nochmal anschauen, wie das mit den Hochleveln ging. Äh... Gratis... 30 Ballon. Was soll ich mit Luftballon? Gold ist schon wichtig, aber Luftballons? Hm. Mission neu, einfordern, einfordern. Einfordern. Und Drachen, Luftballons, Drachen. Hm. Upgrade zwei Charaktere, ich habe hier auch sehr viel Doppelte. Wie war das jetzt nochmal? Das ist mein Team. Das ist bis zu sagen mein stärkster? Ne, der ist stärker. Oh, Level 1, Level 24. Level aufsteigen. Welche Opfer ich dafür? Und hier habe ich alle einmal. D, D und, ah, ist schon voll. Oh, ich habe gar nicht so viel Nahrung. Wie viel kann ich denn aufleveln? Ich habe 35.000. Oh, super. Ein. Ne, wie viel sind das jetzt? Drei Stück. Okay. Dann war ich jetzt auch auflevelt. Aber müsste das nicht schon fertig sein? Ich bin doch schon über 10 Minuten. Hm. Ich gehe nochmal in meine Basis rein. Na, wo waren die? Da unten war das. Unternehmens. Stadt. Ah, das dauert noch. Sofort, wenn ich Video angucken möchte. Na, das brauche ich jetzt nicht. Weil, ich möchte gucken, ob ich schon fertig bin. Dann gehe ich mal kurz gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt erkannt wird. Nochmal 10 Minuten spielen. Hh-h-h-h. Vielen Dank. Okay. Jetzt kommt auch wieder Information, die vorher nicht da war. Komisch, komisch. Ich habe zwei Versus-Medaillen, also kann ich zweimal gegen Spieler kämpfen. Aber wo? Ich wurde noch nicht angegriffen. Verteidigungsteam. Eigenes Team zum Speichern. Okay. Kampfräger. Okay. Okay. Ich brauche 14 Siege. Das verstehe ich jetzt hier allerdings nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Wenn ich es nicht verstehe, vielleicht kommt es später irgendwann mal. Da müssen wir auch noch nicht hin. In die Welt. Wir müssen noch unsere Sachen hier alles erledigen. Oh, Nahrung, das brauchen wir immer. Das Hauptquartier müssen wir auch auf einmal wieder aufleveln. Was mache ich jetzt? Gehe mal die Mission durch. Ich glaube, es ist besser. Ach, bleiben wir hier bei den einen. Kämpfen wir ein bisschen. Dann gehen die 10 Minuten schnell vorüber. Wie sieht das bei mir aus, Doc? Du hast einige Leute verloren, fürchtest du mich? Ja, ich wünsche mir. Angriff 6 Wellen sind das Ich glaube das war das hier Das war Vorspulen Ich gehe ja schon viel schneller Zack, zack, zack Und fertig Und fertig Ich hoffe Jetzt erkennt er auch die 10 Minuten Ich spiele jetzt schon wieder 7 Minuten das Spiel Und ja Was haben wir jetzt? Was ist weggefunden? Keine Ahnung was ich mache Oh Es ist schon immer ein bisschen wichtig Die Story dort zu lesen Die sie erzählen Weil am Ende Muss man da sich immer irgendwie entscheiden Das habe ich glaube ich auch bei meinem letzten Video Gesagt Ich probiere es immer mit der 50-50 Chance Keine Lust zu viel zu lesen Einfach nur aussuchen Das oder das Manchmal kriege ich das Richtige Manchmal das Falsche Oder manchmal bin ich der Gute Manchmal der Böse Ich glaube jetzt In dem Fall war ich bestimmt der Böse Weil zwei gesagt haben Was mache ich da? Und Vorspuren Die erste Welle geschafft Und 5 kommen noch Ich mache meinen Zaun ein bisschen lauter Vielleicht ein bisschen zu laut Na Das ist schon besser Da Und ich habe mir jetzt die Mute geschafft Bei der letzten Installation hatte ich auch schon so ein bisschen Probleme Also vorgestern Mit das Spiel Sollen wir noch schnell zu Ende spielen? Ach ne Ich habe schon lange genug das Video Das glaube ich jetzt schon über 20 Minuten Ja Dann Ich habe mich mal ein Plus-Ticket ein Ja Es hat geklappt Also Vielen Dank fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Video dabei seid Und ich probiere jetzt nochmal Ein bisschen das Spiel weiter zu spielen Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss